La Strada Fahrzeugbau La Strada Fahrzeugbau – eine Erfolgsgeschichte des deutschen Reisemobilbaus. Über 30 Jahre Kompetenz und Erfahrung. Über 30 Jahre kompakte Reisemobile made in Germany. Dafür steht La Strada. Aus einem Familienbetrieb ist heute ein europaweit tätiger Kleinserienhersteller geworden. Verantwortlich für den Erfolg ist ein Team aus langjährigen Mitarbeitern unter der Leitung der Eigentümer Marco Lange und Andreas Dalkow. Beide sind begeisterte und erfahrene Reisemobilisten, deren Leidenschaft für Qualität und Komfort die kompakten Mobile von La Strada prägt. Alle Ausbauten aus Echzell überzeugen durch hochwertige Materialien, solide Verarbeitung und durchdachte Ausstattung. Das bringt Anerkennung in der Branche und Zufriedenheit bei den Kunden. Liebe auf den ersten Blick. In seiner langjährigen Geschichte sammelte La Strada Erfahrungen im Ausbau nahezu aller gängigen Kleintransporter. Der erste La Strada, der HD60, kam 1986 auf Basis des Volkswagen T3 auf den Markt. In den 90er Jahren kam dann das Volumenmodell, der Avanti. Der Bestseller wird auch heute noch in sechs Grundrissvarianten angeboten. Die Premiumfahrzeuge von La Strada tragen einen Stern auf dem Kühlergrill. Der nobelste Kastenwagen heißt Regent und steht für erlesene Materialien, modernes Design und Perfektion. Der Nova setzte im Jahr 2000 einen Meilenstein im deutschen Reisemobilbau. In einem elegant gezeichneten Monocoque-Aufbau verbirgt sich eine edle Luxussuite. Hierfür wird ein komplett neuer Wohnaufbau auf das Chassis des Mercedes Sprinter gesetzt. Alles aus einem Guss, aus Glasfaser-verstärktem Kunststoff GFK genannt. Gute Isolierung, hohe Robustheit und Langlebigkeit sind das Ergebnis. Für den Kunden top ist die Konfiguration des Innenraums. Ganz individuell, ganz nach eigenem Geschmack. Käufer können aus zehn verschiedenen Möbeldekors und zusätzlich sieben Farben für die Möbelklappen auswählen. Außerdem stehen 73 Polsterstoffe und 30 Ledervarianten zur Wahl. Mit dieser Vielfalt dürfte wohl kaum ein La Strada-Innenraum dem anderen gleichen. Die drei Baureihen Avanti, Regent und Nova bieten zehn unterschiedliche Modelle an. Für jeden Geschmack ist hier etwas dabei. La Strada Reisemobile haben in den vergangenen Jahren in Deutschland und Europa immer mehr Fans gefunden. Rund 325 Fahrzeuge verlassen jedes Jahr die Produktionshallen. Rund 40 Prozent davon gehen in den Export. Das Werk in Echzell nördlich von Frankfurt am Main gelegen. Eine Eingangshalle, zwei Produktionshallen und viel Platz für Neufahrzeuge drumherum. Alle Teile werden von rund 50 Mitarbeitern in Handarbeit montiert. Einzig in der Möbelfertigung stehen computergesteuerte Maschinen, die die Möbelteile präzise aus dem Pappelsperrholz schneiden. Jedes Möbelstück hat eine Rückwand, eine hochwertige Verzapfung und Verschraubung. So sind die Möbel in sich stabil, auch schon außerhalb des Fahrzeugs. Zur Isolierung des Kastens wird geschlossenzelliger Spezial-Schaumstoff verwendet. Dieser wirkt hoch wärmedämmend und ist schwer entflammbar, nimmt keine Feuchtigkeit auf, quietscht nicht und wirkt schallisolierend. Darüber kommt ein atmungsaktiver Velourstoff zum Einsatz. Die jahrzehntelange Erfahrung von La Strada basiert darauf, dass mit Ausnahme des Möbelzuschnitts alle arbeitenden Handarbeit durchgeführt werden. Alles wird hier am Standort in Echzell produziert. Und die jahrzehntelange Erfahrung eines Monteurs und seiner Handarbeit ist durch nichts zu ersetzen. Deswegen bezeichnen wir uns auch als Reisemobilmanufaktur. Wer seinen La Strada mal in die Wüste schicken möchte, bitte sehr. Das Unternehmen bietet alle Modelle auch optional mit Allradantrieb an. Gerade der Regent S auf Mercedes meistert überraschend gut Steigungen, Untiefen und zerfurchte Wege. Das elektronische Traktionssystem funktioniert ebenso effektiv wie unauffällig. Der Fahrer muss nur Gas geben. Den Rest regelt die Traktionskontrolle aller vier Antriebsräder. Spaß ist garantiert. Noch besser als im Gelände fahren La Strada-Modelle auf der Straße. Wendig, kompakt, schnell und zuverlässig. Diverse Helfer wie Abstandsregler, Rückfahrkamera oder Totwinkelassistent sorgen für Sicherheit unterwegs. Mit La Strada wird jede Urlaubsreise zum Genuss. Diverse Helfer wie Abstandsregler, Rückfahrkamera, 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 Rückfahrkamera. Vielen Dank.